So, das hier ist jetzt das Buffet vom Beach Camper Hotel Paradis. Es ist jetzt Abend, es ist heute Abend ein Buffet, wie jeden Abend, das hier ist. Man kann wählen zwischen Buffet und verschiedenen Menü-Restaurants. Aber am Buffet ist es so, es gibt wirklich alles, ob Fisch, ob Fleisch, Gemüse, Pizza, Nudelgerichte. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei und es wird alles zum größten Teil auch noch frisch zubereitet. Und das direkt hier vor Ihren Augen, wie hier zum Beispiel gegrilltes Fleisch, grillte Fleischspieße, also wirklich alles. Verschiedene Brotspezialitäten und natürlich besonders schön, es gibt eine komplette Dessert-Eis-Auswahl. Wirklich genau wie bei Ihren Lieblings-Italienern. Hier mit verschiedenen Früchten, Soßen, wie man sich das selber zusammenstellen möchte. Ein unheimlich großer Auswahl an Salaten, also ganz, ganz, ganz toll. Und natürlich ein hammergeiles, leckeres Dessert-Buffet. Also da sind wirklich sämtliche Spezialitäten aus aller Herren Länder zusammengebracht. Ob Eclairs, ob kleine Törtchen, ob hier Obstkuchen oder einfach auch nur frisches Obst. Das ist also wirklich traumhaft schön, nur zu empfehlen. Super, super lecker hier. Dann ist hier auch eine asiatische Ecke, wo hier auch verschiedene Muscheln und alles zurecht gemacht wird. Also super, super schön. Und sitzen können Sie entweder draußen oder eben halt drinnen, wobei draußen natürlich viel, viel schöner ist. Sie sitzen direkt am Pool und mit Blick aufs Meer. Also wirklich einfach traumhaft schön. Ich kann Ihnen das Hotel einfach nur empfehlen. Ich bin jetzt nicht da. Dann bin ich da. Ich bin das dringendorfer. Und das ist mir. Ich bin schon. Vielen Dank.